Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs liefern. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Liefert, lieferte, hat geliefert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich liefere, du lieferst, er liefert, wir liefern, ihr liefert, sie liefern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich lieferte, du liefertest, er lieferte, wir lieferten, ihr liefertet, sie lieferten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geliefert. Du hast geliefert. Er hat geliefert. Wir haben geliefert. Ihr habt geliefert. Sie haben geliefert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich liefere. Du lieferst. Er liefere. Wir liefern. Ihr liefert. Sie liefern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich lieferte. Du liefertest. Er lieferte. Wir lieferten. Ihr liefertet. Sie lieferten. Den Schluss macht der Imperativ. Liefere du. Liefern wir. Liefert ihr. Liefern sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb liefern. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.